Herzlich Willkommen zum heutigen Video und ich möchte mal einfach hier an dieser Stelle eine Webseite zeigen wo man diese lustigen und bekannten Feuereffekte oder Gewehreffekte und Explosionseffekte und so weiter downloaden kann völlig kostenlos. Es gibt bei dieser Seite dann zwar auch eine Premium Variante wo man unbegrenzt downloaden kann aber das was ich Ihnen zeige da können Sie 5 Stück pro Tag downloaden und ich zeige Ihnen jetzt mal wie diese Effekte aussehen. Ich habe einige dieser Effekte jetzt hier einfach in ein Video integriert das tut hier überhaupt nichts zur Sache aber nur mal damit Sie sehen wie das hier aussieht. Ich starte das Video jetzt mal ganz einfach. Also hier sieht man mal ein Schussloch da gibt es ja auch so eine Axt und verschiedene Schneidwerkzeuge die man natürlich auch fliegen lassen könnte durch Animationen dann Bluteffekte bekommen. Also solche Effekte zeige ich Ihnen jetzt wo Sie bekommen können. Ich gehe jetzt hier auf diese Seite und die nennt sich productioncrate.com den Link finden Sie dann auch übrigens unten in der Beschreibung des Videos und ich logge mich jetzt mal ein ich gehe hier raus denn ich habe hier meine Passwörter gespeichert bei LastPass. Da öffnen Sie einfach kostenlos einen Account und ja dann sehen Sie ich hätte heute hier noch 3 Downloads zur Verfügung 5 waren es ich nutze auch nur die kostenlose Variante aber man kann sich hier bereits alles ansehen. Hier sind diese Video Effekte die man hier downloaden kann wenn Sie dann hier auf ein Thema klicken zum Beispiel Feuer und Explosionen dann sehen Sie hier immer die Effekte die kann man sich dann auch ansehen wenn man einfach mal drauf klickt dann bekommt man schon eine Vorschau so sieht das ganze aus können Sie sich alles durchsehen also dann ist hier Rauch und so weiter dann Action und Horror da sind dann die ganzen Blutsachen drinnen das zeige ich Ihnen auch kurz einfach anklicken dann sehen Sie schon eine Vorschau und hier spritzt schon das Blut in verschiedensten Variationen dann sind natürlich auch hier Sounds drinnen also diese Explosions und dann alles was Gewehr spezifisch ist und so weiter und Grafiken und so weiter also wirklich alles umfassend hier drinnen alles was man für so eine Video Footage braucht und die Seite wollte ich einfach jetzt nur mal zeigen ich glaube das ist sehr hilfreich weil man mit dieser Materie beginnen möchte hier wirklich 5 Stück pro Tag kostenlos downloaden und ja einfach jetzt einen kostenlosen Account öffnen und dann können Sie in kurzer Zeit schon Ihre eigenen Effekte im Video haben. Ja das war es jetzt wieder zu diesem Video wenn es Ihnen gefallen hat wie immer abonnieren Sie meinen Kanal indem Sie einfach auf den Link im Video klicken da können Sie irgendwo mit nur einem Klick den Kanal abonnieren dann ganz neu wenn Sie jetzt über das Handy sich das anschauen es gibt jetzt diese besonderen Infokarten bei Youtube da ist irgendwo so ein kleines Rondes i ein weißes da draufklicken dann können Sie auch den Kanal abonnieren und ich freue mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare. Gut das war es jetzt zu diesem Video wir sehen uns dann im nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken in dem ich Ihnen genau zeige wie Sie mit Ihrem Video bei Youtube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom an Besucher. Alles was Sie jetzt tun müssen ist klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.